Dankeschön, Dankeschön, Believe on KitKat. Believe on KitKat ist auch Believe on, ähm, Klimawandel-Fake. Die Sonne reported for Griefing. Was? Ich hoffe gerade für meinen Seelenfrieden. Man macht sich nur über die Person lustig und glaubt das nicht ernst. Hä, doch. Es gibt Rassisten auf der Welt. Ich bin dann mal raus hier. Sehr nice. Ja, das ist eine Argumentation gewesen gerade. Nur war das in dem Fall halt ein Troll-Rassist. Oder halt ein Troll-Denyer. Das wäre so geil. I can't, man. Äh? Yo. Humor kennt ihr heute, Twitch-Head. Sehr gut. Ich bin gegen Cedroani. Okay. Wild-Team-Comp. Kassiobot. Renekton ist ja auch nicht gut. Ja, die haben eine gute Melee-Team-Comp. Mal, also. Ich glaub, wir gewinnen später super einfach mit Syndra. Die Blume-Comp. Ich bin ja auch nicht. Ja. 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 Warum resetet er nicht zu mir? Sucks Ich glaube, das ist französisch und es bedeutet, du blindest Jenna und griechst mich damit. Nice. Ist auch noch tot, ne? Ah, gut gespielt, ne? Bro, der sieht nicht gut aus. Schill deine Eier. Ja. Ah, gut gespielt. Ah, das? Ja. 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 Lecker. Ja. Ja. In der Theorie flippet die Flappe die, ne? Ne, nichts zu verlieren. I mean, dieses Setup is actually fine, wir können fahren überall. Okay, it's already good, guys. Ich weiß nicht, ob ich damit fahren kann. Der John ist nicht killbar, oder so. Okay, jokes. Und dann. Guck mal, wie alle auf einmal still geworden ist, weil das Game auf einmal playable ist, ne? Wir können, wir spielen. Wir spielen das Game. Wir spielen das Game. Playboy. It's playable, guys. Ne, bisschen Kinder sitzen. Ne, bisschen motivieren. Und schon ist das Game spielbar. Und die Gegner werden richtig tilted jetzt sein, dass sie aus einem Szenario, wo das eigentlich 100%ig gewonnen ist, irgendwie, ja, nen Stall haben. Hm. Die sind super tilted, trust me. Die sind super oder? Die sind super происходит. Okay. Die sind super oder? Ja. Die sind super oder? Das ist ganz weird. Zathos? Oh, das ist das. Nein, ich meine... Sah rough aus, ne, in dem Moment, als ich ihn noch erfeffen wollte und so. Wird die Void-Step hier gehen? Ich bin nicht derjenige, der die City töten muss. Ich bin nicht der Boden. Sei ин, ich bin nicht wert, ich bin nicht wert. Das nennt man eine Bumsung Eine harte Bumsung Komplett Solo Bolo Nice, es läuft doch alles, die Gegner sind so tilted Die sind so tilted, Twitch-Chat Wenn ihr wüsstet, wie Krank, ja, look at this Look at this, die sind so tilted Du hast dieses Game zu 100% gewonnen gehabt Wenn du das halbwegs ernst nimmst Wait, wo ist die anderen von denen? What? This is a X-Files If, bitte Aber eigentlich war das ein guter Knopf, oder? Ja, er hat recht, wenn die zu groupen Ja, aber die sind schon Ich think Es ist, also, come on Die spielen nicht mehr. Die werden zwar nicht Surrendern, aber die werden sich mal probieren. Klem ist hundertprozentig gewonnen. Selten solch gebrochene Gegner gesehen. Das ist so nett. Nice! Er ist so nett! Kindergärtner-Gurinen. Sie werden alle mentalen verändern. Schau an das. Leute, das Game wäre over gewesen. Normalerweise ist das Game over dort. Aber die Gegner haben halt ein bisschen reichen. Du hast ja gesehen, was die Cedrani gemacht hat. Die ist ohne irgendwas zu tun die ganze Zeit nach oben gelaufen. Und es ist comebackable. Als wir diesen Moment hatten, wo Syndra gegen Hasio farmen konnte und Xayah gegen Ion auch farmen konnte. Da war das Game eigentlich einfach playable.